Ihr Team hat die Champions League zwei Jahre vorhin gewonnen. Was sind die wichtige Facts, die dieses Jahr gewinnen? Was sind die wichtige Facts, die dieses Jahr gewinnen? Ich denke, wir müssen uns selbst glauben, in unsere Kraft, in unsere Kraft. Ich denke, dass alle vier Team in der gleichen Gruppe gewonnen haben. Wir verlieren zwei Mal gegen Barcelona, zwei Mal gegen West Bram. Wir verlieren zwei Mal und zwei Mal gegen Varder. Wir sind nicht die größten Favoriten. Aber hier ist es eine fantastische Stadt, eine fantastische Atmosphäre. Hier kann es alles geben. Was denkst du über die Leistung der Top-Level Handball in Europa? Ich denke, dass jedes Jahr von der Organisation, von der Leistung der Spieler, hier ist es besser, besser und besser. Ich weiß nicht, wo es die Grenzen gibt. Sie zeigen nur die Handball von Frauen? Können Sie eine Unterschiede zwischen Frauen und Manns-Handball? Ich denke, dass sie mit der Final-Four mit Frauen ist wirklich fantastisch. Ich wusste, dass es in Budapest 100% voll ist. Ich denke, dass es für den Böhm und Handball ist es super. Vielen Dank. Ich wünsche dir alles Gute für den Tournament. Danke.